Grüß dich lieber Zuseher, servus lieber Kunde vom eix-toolshop. Heute kümmern wir uns um ein Thema, das mir oft einmal Kopfzerbrechen bringt. Einfach weil ich schon lange überlege, wie man das einfach am besten austeitschen kann. Es geht um die Fein-E-Card Star-Lock-Sägeblätter und da kombinieren wir jetzt zwei Baustellen in einem. Nämlich einmal die Baustelle, die sich Bosch und Fein vor einigen Jahren mit der Star-Lock-Aufnahme aufgerissen haben. Da kennt sich bald keiner mehr aus, aber wenn man es dann einmal ein wenig runterbricht, ist es halbwegs verständlich. Was aber ein bisschen komplizierter wird, da bin ich echt schon lange überlegen. Nämlich wie man euch das näher bringt, welches Sägeblatt braucht es jetzt du zum Beispiel für deine Anwendung. Und da muss man halt eben ein bisschen unterscheiden, welche Geräte gibt es so am Markt und welche Sägeblätter gibt es dann dazu aufsteigend. Beginnen wir mal mit der Aufnahme. Bosch und Fein, die haben da miteinander kooperiert und haben die Star-Lock-Aufnahme gemacht. Früher waren die Aufnahmen sehr mannigfaltig, viele haben auch eigene Aufnahmen gemacht, wie zum Beispiel auch DEWALT, da was ein eigenes Aufnahmesystem hat und und und. Mit der Star-Lock-Aufnahme hat Bosch und Fein dies geschaffen, dass ich an der Maschine einen Zentralverschluss habe und ich dann so ganz einfach und komfortabel meine Sägeblätter einspannen kann. Sprich, ich brauche jetzt nicht mehr einen Bolzen durchstecken oder irgendwelche anderen Geschichten machen oder Hebel auf, sondern ich nehme das Sägeblatt, habe meinen Oszillierer in der Hand und mache das dann einfach rechts aus, wie es braucht. Und dann klipst du es drauf und dann ist das Sägeblatt drauf fixiert. Wie das so ist bei Sägeblättern, Stichsägen zum Beispiel gleich, mache ich meine Schnitte, das Sägeblatt wird stumpf, dann werden die Sägeblätter auch sehr heiß. Bei anderen Lösungen muss ich das irgendwie angreifen oder schauen, dass der Bolzen rausgeht, rausschlagen oder andere Späßchen. Mit der Star-Lock-Aufnahme brauche ich da nur den Hebel aufmachen, das Sägeblatt fällt raus und ich kann dann eben mein neues einsetzen. Soweit ist es jetzt in der Praxis. In der Theorie schaut es so aus, dass es natürlich viele kleine Maschinen gibt, die, was sage ich mal, sehr für den Consumer sind. Je günstiger das sind die Maschinen, desto mehr sind es für den Privatanwender gedacht und je teurer das die Maschinen wären, desto mehr sind es für den Profi gedacht. Und für das hat eben Bosch Fein oder Fein eben die Star-Lock-Aufnahme in drei Ausführungen geschaffen und man erkennt das von außen relativ leicht. Nur, aber ich weiß, dass jeder im Leben ganz viele andere Sachen zum tun hat, als dass er sich irgendwelche Aufnahmeprofile merkt. Aber dass wir es eben besprochen haben, es gibt natürlich einmal die Star-Lock-Aufnahme. Star-Lock-Aufnahme sind meistens kürzere Sägeblätter, die was auch, sage ich mal, schmal sind. Einfach, dass dies die kleineren, schwächeren Maschinen ohne Probleme mitmachen können. Der große Vorteil ist aber, dass die Sägeblätter von einer günstigen Materialgüte her auch bis zu sehr hochwertigen Sägeblättern gibt. Wenn es was Kleines gibt und was Großes gibt, gibt es dazwischen auch, sage ich mal, so semiprofessionelle Geräte für Anwender, die was, sage ich mal, im privaten Bereich füdern, beziehungsweise Profis, die was eher weniger mit so Maschinen dauern, das wäre dann die Star-Lock-Plus-Aufnahme. Und in der Star-Lock-Plus-Aufnahme, die passen zum Beispiel jetzt, weil es auswendig war, beim Fein-Multimaster der 500er-Serie, früher der Kasten FMM 350. Da kann man dann eben die Star-Lock-Plus-Sägeblätter einspannen. Die haben letztendlich den Stern ohne Außenlöcher, das wäre eigentlich die einzige große Unterscheidung dahingehend. Die Sägeblätter gibt es natürlich auch in einer günstigen Ausführung oder wieder eben bis rauf, Long-Life-B-Metal, die beste Ausführung, die was so gibt. Die dritte Aufnahme, das wäre dann so gesehen, die Star-Lock-Max-Aufnahme. Die schaut sehr einfach auch aus, das ist letztendlich ein runder Kreis mit so einem seitlichen Links-Rechts-Ausschlag. Schaut aus, wenn man so will, wie der Saturn oder wie ein schwarzes Loch. Je nachdem, wie man es so nennen mag, gibt es viele Bezeichnungen oder wie ein Auge, kann man auch sagen. Auf jeden Fall passen dann diese Sägeblätter nur auf den Profi-Maschinen. Da reden wir zum Beispiel eben beim Festool Vecturo oder beim Fein-Multimaster der 700er-Serie oder bei den moderneren Supercut-Maschinen. Und bei der Star-Lock-Max-Aufnahme habe ich dann den großen Vorteil, dass ich auch sehr lange Sägeblätter bekomme, beziehungsweise Sägeblätter bekomme, die, was dann wirklich für sehr schwere Anwendungen sind. Da kann ich wirklich dann bis 90 mm Nutzlänge ins Material einstechen, wenn ich irgendwann Balken abtrennen muss oder ausstechen muss. Dann sind die Sägeblätter dann wirklich die richtige Wahl, einfach weil sie die Länge haben. Und, kurze Info, auch dahingehend, ich kann dann natürlich die Fein-Sägeblätter mit der Star-Lock-Max-Aufnahme, die, was sehr lang ist, natürlich auch mit dem Festool Vecturo, mit dem Festool-Oszillierer unter den Oszillierern, verwenden, wenn ich zum Beispiel die Ansätzhilfe oder andere Sachen habe, dass ich da natürlich perfekt eintauchen kann. Nur mal zusammengefasst, drei Aufnahmen. Einmal die Star-Lock-Aufnahme, die was für kleinere Maschinen ist. Einmal die Star-Lock-Plus-Aufnahme, die was für mittlere Maschinen ist, nimmt aber die Star-Lock-Aufnahme mit. Oder du hast dann eben ein Profi-Gerät, von mein Fein weiß ich halt eben dein Multimaster 700 oder vom Festool eben ein Vecturo. Dann kannst du natürlich alle Sägeblätter verwenden, inklusive den Star-Lock-Max-Sägeblättern. Und das ist halt ein wenig verwirrend, da wo halt dann, wer sagt, ja, ich habe ja ein Star-Lock-Max-Gerät und ich kann ja dann kein Star-Lock nehmen, das sage ich ja sicher, das kannst du ja ohne Probleme einsparen, das funktioniert ja wirklich tallos. Nur die kleineren Geräte können halt die größeren Systeme nicht nehmen, aber die großen Geräte, die können alles aufnehmen. Ich hoffe, ich habe es euch nicht so verwirrend dargestellt, wie ich mich gerade fühle. Aber sonst sind wir ja für euch, wo wir gerne da, wenn ihr es fragen habt, schreibt es in die Videokommentare rein. Ihr könnt uns auch gerne anrufen oder E-Mail schreiben, wir sind wirklich sehr bemüht, dass wir deine Fragen beantworten und dir eine passende Lösung bieten. Ja, und dann haben wir das Thema mit den Sägeblättern. Wie zuerst erwähnt, ist ja da das Portfolio riesig groß. Es gibt Standard, bessere Standard, es gibt Gurde, bessere Gurde, dann gibt es Metall, dann gibt es Bimetall, Titanitrit und Diamantsägeblätter, das war eigentlich keine echten Sägeblätter sein und, und, und. Und jetzt kümmern wir uns eben von den einfachsten Sägeblättern bis rauf zu den professionellsten Sägeblättern, für welche Anwendungen das sowas ist. Fein hat einmal Standard-HCS-Sägeblätter, das heißt mehr oder weniger High Carbon Steel, also Stähle mit einem sehr hohen Kohlenstoffgehalt. Das ist so der Einstieg, es steht da meistens drauf, für was das sein wird. Das heißt, ich kann einmal natürlich Holz schneiden, ob es jetzt Weichhölzer sind oder Harthölzer, ist mehr oder weniger egal. Natürlich musst du ein bisschen aufpassen, wenn du da irgendwelche exotischen, sehr harten Tropenhölzer hast, dann kann es passieren, dass da die HCS-Sägeblätter relativ schnell kaputt gehen. Oder halt, dass sie sehr schnell stumpf werden. Was ich auch damit sehr gut schneiden kann, ist Rigips und Kunststoffe. Das funktioniert tadellos, da kann man schön herumsagen, je nachdem, was man eben so zum tun hat. Was es bei den HCS-Sägeblättern auch gibt, sind gekurfte, also sprich Sägeblätter mit einem Bogen oder mit einem Radius, je nachdem, was man es nennen mag. Und die sind irrsinnig lässig zum Eintauchen, weil natürlich ich durch den Bogen einen Punkt habe, wo ich das Sägeblatt einschneiden kann. Und dann kann ich, wenn ich will, reinwippen ins Material, beziehungsweise tun wir halt leichter beim Ansetzen und natürlich beim Reinschneiden. Ich schätze das ja gerne, auch wenn es jetzt nicht die beste Qualität ist. Aber wenn du nicht irgendwo eintauchen musst, kannst du es zum Beispiel, weil du mit den Sägeblättern in der Regel nicht so verletzen kannst, wie viele Dinger, setzst du es beim Finger an und dann kannst du schön eintauchen. Wenn wir auch beim Verletzen sind, das können wir gleich auch auflösen, es gibt Sägeblätter, die haben einfach einen Schrank drauf, also geschränkte Zähne und dann Sägeblätter mit einer Japanverzaunung. Bei den Sägeblättern mit dem Schrank kannst du ohne Probleme auf die Haut hinkommen. Natürlich musst du ein bisschen aufpassen und es kann entweder unangenehm sein oder es stört dich nicht, je nachdem wie dick oder dünn und fein oder grob die Haut ist. Was du aber aufpassen musst, ist bei der Japanverzaunung, die schneiden, also die sind gnadenlos. Das ist nicht so wie früher, vor 30 Jahren, wo du im Krankenhaus noch den Gips runtergeschnitten hast, mit sowas in Gusseisen und Alt, da wo du damals schon Angst gehabt hast, jetzt sage ich dir die Hand an, wenn du deinen Gips abschneidst mit einer Japanverzaunung, dann ist die Hand auch mit angeschnitten. Also soweit kann man euch das wirklich gut erklären. Als nächstes kommen wir dann bei Fein, wenn man so will die Precision, also die Präzisionssägeblätter, die gibt es auch wie den High Carbon Steel, beziehungsweise gibt es dann auch in einer Bi-Metall-Ausführung, Bi-2, da sind zwei Metalle, sage ich mal, in eins gemacht, hat einfach den Vorteil, dass es einen Grundkörper gibt, der eine spezielle Anforderung erfüllen muss, wie dass er zum Beispiel flexibel ist, sowie gibt es dann eine Schneidenkante, die natürlich dann für die Standzeit zuständig ist. Bei den Präzisionssägeblättern ist es so, dass man da eben dann die Japanverzaunung hat. So schaut die aus. Das sind wirklich sehr scharfe Zähnchen, sprich, die haben in Holz zum Beispiel, auch in Hartholz, wirklich einen exzellenten, sehr guten und nahezu ausrissfreien Schnitt. Solche Sägeblätter nimmst du zum Beispiel eben dann, wenn es wo ist, dass du im Sichtbereich schneiden musst. Solche Sägeblätter nimmst du zum Beispiel auch, du hast eine Zarge bei der Türe und mag es natürlich am Boden unten scheinelegen lassen, die Standardanwendung für so einen Oszillierer. Dann nimmst du zum Beispiel solche Sägeblätter, dass du eben das sauber abschneiden kannst und dass halt da natürlich so wenig wie möglich Beschädigung an einer neuen Zarge ist. Für was das dann die unterschiedlichen Bauformen sind, kommen wir mal im nächsten Kapitel. Das wäre jetzt dann noch zu viel, wenn man das noch on top setzt. Dann gibt es zum Beispiel sehr klasse Sägeblätter, die habe ich sehr gerne, die sind Holzmetall-Universal. Die gibt es natürlich auch in Bimetall-Ausführung und die sind dahingehend lässig. Die haben zum Beispiel dann keine Japanverzaunung, sondern wieder eine geschränkte Verzaunung beziehungsweise dann eine geschränkte Wellenverzaunung gibt es da auch natürlich. Und damit kann ich Hölzer oder eben Hölzer, wo Nägel oder andere Sachen drinnen sind, wirklich klasse schneiden. Auch kann ich damit Feinbleche oder halt nicht Eisenmetalle auch wirklich gut schneiden. Bei Metallen muss man aber ein bisschen aufpassen. Bei Metallen ist jetzt nicht die Spanplattenschraube gemeint, die was gehärtet ist. Und bei Metallen ist aber auch nicht gemeint die 8x8er Sechskant-Schraube mit 12mm Durchmesser. Die fallen dann eher unter Stahl ein, ich bin immer so, die Spax ist ja dann ein gehärteter Stahl oder die Schraube. Da braucht man, wenn überhaupt, einmal sowieso andere Sägeblätter oder du nimmst halt Kleideflex und schneidst das an. Aber kleinere Sachen, dünnere Sachen, wie ein Nagel zum Beispiel, solche Sachen kannst du mit den Sägeblättern wirklich tadellos ablängen. Oder wenn du eben was schneiden musst und du weißt, da ist einfach was zusammengegangen, Paletten zum Beispiel, die kannst du einfach ohne Probleme anschneiden. Das macht auch den Sägeblättern nahezu nichts. Dann sind vor einiger Zeit richtig geile Sägeblätter dazugekommen. Die nennen sie dann bei Fein Carpid Pro. Das sind Titanidrit-beschichtete Bimetall-Sägeblätter. Deswegen sind sie vorhin so Gürten. Das ist halt durch die Titanidrit-Beschichtung. Die sind aber in einer Qualitätsstufe. Da kann man mal in Mauerwerke, in ein Ziegel ohne Probleme reinschneiden, auch Ütung natürlich. Und mit den Sägeblättern kann ich auch dünne Spax, also dünne Spanplattenschrauben ohne Probleme abschneiden. Wie zuerst erwähnt, so Spanplattenschrauben sind ja so einen gehärteten Stahl. Jedes andere Sägeblatt, denen würde einfach gleich mal ein paar Zähne fehlen. Und mit den Carpid Pro kann ich das wirklich auch ein paar Mal ohne Probleme machen. Oder wenn ich einfach ins Mauerwerk einstiege und solche Sachen, einfach weil ich oft nicht weiß, was dahinter ist, wenn ich wo reinstehe, weil ich was ausschneiden muss, dann machen die Sägeblätter richtig viel Sinn. Einfach weil sie sehr hohe, gute Standzeit bieten. Und aus meiner Sicht so der Geheimtipps sind für viele Montagehandwerker, Tischler und Teich, die was einfach ein Sägeblatt haben wollen, das was so das Wald und Wiesensägeblatt ist. Und der Wald und Wies ist ja gemeint, ein Sägeblatt, wo ich nahezu überall verwenden kann. Und dann gibt es natürlich noch reine Metallsägeblätter, die gibt es dann meistens so Halbkreise oder natürlich volle Kreise. Die gibt es unter HSS-Qualität oder eben HSS-Bimetallqualität. Da ist halt natürlich dann der Unterschied, was man machen mag. Und da habe ich halt eine reine Metallverzahnung drauf. Sprich, ich kann damit einmal 1,5 drüber soll es dann immer so gehen, aber 1,5 Millimeter Bleche kann ich da ohne Probleme herumschneiden. Oder wenn ich zum Beispiel Nicht-Eisenmetalle habe, du musst woher Rohrohr ablängen schnell. Das geht ja mit solchen Maschinen schnell und glas. Dann kannst du solche Sägeblätter nehmen. Also im universellen Metall- und Nicht-Eisenmetall-Bereich ist das wirklich glas. Kupfer, Messing, solche Sachen funktioniert richtig tallos. Dann haben wir noch, weil sie ja unter Sägeblätter fallen, einmal mit Hartmetall bestreut oder einmal auch mit Diamantstaub bestreut. Und da ist aber der Begriff Sägeblatt oft sehr falsch gewählt von Fein. Das begrittelt persönlich auch sehr oft, weil das oft nichts anderes sind als wie bessere Fugenkrotzer. Ja, Fugenkrotzer. Das wird genommen von Kunden, dass sie zum Beispiel im Boot Fliesenfugen auskratzen mit einem Sägeblatt. Also die Begrifflichkeit ist da ernsthaft falsch gewählt. Was man damit auch schneiden kann, sind natürlich so GFK-Geschichten, also Glasfaser verstärkter Kunststoff oder mit der Diamant-Variante natürlich auch Kohlenstoff-Materialien, also sprich Carbon, dass man es einfach rausbringt. Mit denen kann ich das ohne Probleme schneiden. Aber der Begriff Diamantsägeblatt ist da eher total verkehrt, weil mit einem Diamantsägeblatt Feinsteinzeug schneiden und wenn ich mit dem das Versuch ist das Sägeblatt bin ich einen Meter kaputt. Also wenn das mal wer von Fein Seed war, hat vielleicht ganz interessant das Thema ein wenig anders benennt, nämlich einsatzgebunden. Aber es käme ich aus, ich bin ja nicht vom Marketing. Jetzt haben wir einmal die Aufnahme durchgemacht, wir haben jetzt auch einmal die unterschiedlichen Qualitäten durchgemacht und jetzt kümmern wir uns um die Bauform der Sägeblätter. Da wird es nämlich jetzt interessant und da habt es dann auch für euch den meisten Fokus drauf, für was das Sägeblatt nehmt und für was das für euch einen Einsatz wählt. Ich präsentiere euch natürlich dann im Anschluss die wichtigsten Sägeblätter für unterschiedliche Anwendungen, die was einfach sinnvoll ist, wenn man eben so einen Oszillierer hat, ob er jetzt von Festol ist oder von Fein ist oder von Bosch ist, das ist mir egal, wir haben halt nur den Festol und den Fein, dass ihr dann richtig klasse arbeiten könnt. Standardsägeblätter, mit die fange ich an und die werden zum Schluss auf meiner Empfehlungsliste eindeutig oben stehen, weil da gibt es zwei Sägeblätter, die sind 10 Millimeter und 20 Millimeter breit und die braucht man wirklich oft, gerade wenn man eben ein bisschen basteln, ein bisschen düfteln, ein bisschen Reparaturen macht, weil oft hast du einfach die Anwendung, dass du wirklich wo schon 10 Millimeter reinstechen musst, weil du irgendwo für einen Kabelplatz machen musst oder du musst halt einfach irgendwas ausstechen, weil dann irgendwas montiert gehört, andere Sachen oder einfach abgetrennt gehört, was einfach fein zugehen muss, dann sind die zwei Sägeblätter einfach wirklich immer oft Trumpf. Es genügt, wenn es einfach einmal 10 und 20 gehabt, wenn es eben viel mit so einer Maschinenarbeit oder die Anwendung dafür braucht, einfach ihr werdet die Sägeblätter lieben, einfach schnell eingespannt und schnell seine Schnitte gemacht oder das eben ausgestochen und ihr seid gleich mal fertig und die sind von der Standzeit wirklich qualitativ sehr hochwertig. Dann kommt oft die Frage, für was gibt es eben so trapezförmige Sägeblätter, für was gibt es dann solche Sägeblätter, die was da so eine Teilierung haben und dann gibt es seit einiger Zeit so ganz wüte Sägeblätter, die haben dann nicht die Klinge aber sind sehr teiliert, da kann man einfach den Unterschied sagen, die Teilierung die macht Sinn wenn sie es viel mit den Sägeblättern ins Material einstecht. Ihr kommt damit so ein Oszillierer ohne Probleme einstechen in die Materialien und die Teilierung macht dahingehend Sinn, einfach weil das Sägeblatt dahinter, der Staub kommt raus, die Sägespäne kommen raus und es hat in dem Loch was man dann reingrabt oder reinschneidet natürlich ein bisschen mehr Platz. Breite Sägeblätter machen auf jeden Fall dann Sinn, wenn du viel Abschnitte erledigen musst das heißt, du hast irgendwo ein Kanto und du magst es einfach abschneiden dann hast du durch die Breite was das Sägeblatt hat natürlich auch und durch die Länge was es natürlich hat einfach eine gewisse Ruhe und es kann sich über die bereits geschnittene Fläche abstützen und es kann nicht dann so passend dazuschneiden. Du kannst damit sehr gut mit ein bisschen Übung natürlich auch schöne Kappschnitte machen, das heißt was abschneiden du kannst damit halt einfach eintauchen wenn du willst da musst du aber ein bisschen aufpassen weil sonst die Ecken im Material schön drauf haben das ist ein bisschen Übung und ein bisschen Erfahrung gefragt auf jeden Fall machen so breite Sägeblätter Sinn wenn es eben so um Abschnitte geht teilierte Sägeblätter wie gesagt beim Eintauchen ideal ich kann natürlich auch Abschnitte damit perfekt machen ja und dann gibt es letztendlich die Kombination aus teiliert gut zum Eintauchen breit mit Führung das sind dann die sprich ich kann damit eintauchen sehr gut sogar ich habe aber bestimmte Breite wenn ich einfach mehr schneiden muss mehr Sägezähne auf ein Sägeblatt hat einfach auch den Vorteil bei dickeren Materialien dass ich einfach mehr Zähne schneiden kann und dann kann ich da auch mal einen Meter oder einen halben Meter ohne Probleme schneiden da muss man aber auch dazu sagen das ist keine Tauchsäge und auch keine Stichsäge so Maschinen werden halt gern genommen wenn es einfach darum geht in total dummen Situationen dass man halt seine Schnitte erledigen kann für die sind solche Maschinen eigentlich prädestiniert aber wenn es einfach irgendwo kopfüber eh schon auf der Leiter stehend zum Beispiel irgendwo schnell einen Meter schneiden muss dann geht das natürlich mit solchen Sägeblättern auch tadellos bei den Metallsägeblättern ist sowieso ihr müsst beim Schneiden auch immer in Bewegung bleiben weil sonst werden euch die Sägezähne kaputt es gibt ja zum Beispiel die Anwendung auch mit so einem Sägeblatt zum Laminat schneiden oder für Holzböden zum Schneiden dann müsst ihr es wirklich immer in Bewegung bleiben weil sonst habt ihr auch keine Schnittleistung nicht beziehungsweise auch die Sägezähne werden euch kaputt und das Ganze fängt euch zum Verglühen an einfach weil nur Reibung passiert aber kein Material und sonst nichts wegkommt also bei den Metallsägeblättern auch wir schauen dass es in Bewegung bleibt einfach wie so ein Wiegemesser über hin und her fahren dann habt ihr auch das beste Ergebnis und die maximale Standzeit und dasselbe verholt sich natürlich auch bei die Hartmetall bestreuten Sägeblätter sowie natürlich bei die Diamant besetzten Sägeblätter ich hoffe dir raucht jetzt noch nicht ganz der Kopf und du bist nicht gleich weh angegangen und geflüchtet vor dem Video wenn dir das Thema interessiert ist es leider sehr mühsam und sehr viel einfacher kann man es halt leider Gottes bald nicht mehr erklären auf jeden Fall kannst du letztendlich wissen okay drei unterschiedliche Sägeblätter gibt es eine Woche zum Eintauchen eine Woche zum Oblängen und eine Woche zum Eintauchen und Oblängen gut miteinander kombinieren breites Sägeblatt ich habe eine Standardverzahnung Standardverzahnung ist halt ein normaler Standardschnitt mit ein bisschen Ausriss und ich habe eine Möglichkeit Japanverzahnung also eine doppelreihige Japanverzahnung zum Wählen die sind irrsinnig scharf die Sägeblätter und haben fast keinen Ausriss und ich habe wirklich eine exzellente Schnittgüte ich habe einfache Sägeblätter das steht auch drauf Standard die sind nicht eher für die einfacheren Maschinen und dann natürlich je professioneller das die Sägeblätter werden werden sie automatisch auch passend auch für professionelle Maschinen da ist es halt einfach wichtig zum Wissen drei Aufnahmen einmal die Starlock die Starlock Plus die Starlock Plus kann die Starlock Plus Sägeblätter plus die Starlock nehmen und dann gibt es die Starlock Max die kann Starlock Max nehmen Starlock und Starlock Plus natürlich also ihr könnt es an den ganzen Ballatschen an Sägeblättern an eurer Maschine verwenden wenn ihr ein Starlock Plus gerät habt nein Max Starlock Max so jetzt nicht dass wir durcheinander kommen jetzt würdet ihr mal wissen welche Sägeblätter braucht ihr unbedingt und da kann ich es einfach einmal sagen schafft ihr dass ihr unbedingt so ein Capit Pro habt das gibt es für Starlock Maschinen das gibt es für Starlock Plus Maschinen sowie für Starlock Max Maschinen ihr könnt es natürlich an der Max wie zuerst erwähnt auch die klein nehmen aber wenn ihr die Sägeblätter einmal habt dann habt ihr eigentlich einmal einen großen Teil von dem Haufen einmal abgedeckt ihr könnt es eintauchen euch ist egal wann das Mauerwerk einmal daherkommt ihr könnt es einen gehärteten Schraufen oder einmal einen gehärteten Nagel abkappen ihr könnt es alle möglichen Perversionen mit den Sägeblättern machen und ihr habt es noch über den großen Vorteil das ist einfach ein Beweis ihr könnt es euch nicht verletzen das ist eigentlich wichtig also ihr könnt es euch schon verletzen ihr könnt es euch verbrennen weil das Sägeblatt heiß wird aber ihr könnt es euch nicht böse schneiden das ist wie gesagt einfach mal so das Thema das was ich einfach empfieh die Capit Pro ja sie sind teuer ja aber sie sind elendig geil und ihr ersetzt in der Regel ein Fünferpackerl von den anderen wenn ihr viel eintauchen müsst empfieh euch unbedingt einmal so ein Curved ob das das 226er ist oder 227er ist dann egal da ist nur die Breite unterschiedlich und dann ist es eigentlich wichtig dass ein zwei Präzisionssägeblätter habt da ist zum Beispiel so ein 127er ein gängiges Sägeblatt die war sehr auswendig die was wir so brauchen was zum Beispiel auch sehr gängig ist ist ein 233er das wäre dann eben das teilierte breite Sägeblatt und wenn ihr dann eben von mir aus die zwei schmalen nehmt dann habt ihr ein kleines Lineup sage ich mal von 5-6 Sägeblättern und könnt es eigentlich in der Regel alles abdecken natürlich ist das jetzt die Empfehlung eben für einen Standardgebrauch wenn du zum Beispiel mit einer Type perfekte Erfahrungen gemacht hast weißt du das im 50er Packerl weißt du kaufst dann ist es natürlich auch das Recht dass du die weiter benutzt aber wie gesagt mit der Capit Pro deckst du in der Regel wirklich einmal 60% aller Anwendungen im Holz-Metall-Bereich sehr gut an und für alles andere da kann man einfach sagen das müsst ihr oft dann sehr anwendungsbezogen kaufen ihr könnt es mit dem was jetzt da habt 98% aller Anwendungen perfekt abdecken und die restlichen 2% ist der Haufen da und da müsst ihr das für euch schauen okay brauche ich das für die Anwendungen brauche ich zum Beispiel ein sehr langes Sägeblatt wenn ich eben so eine starke Maschine habe dann empfiehre ich natürlich ein langes immer dazu einfach weil es lustig ist wenn man 9 cm wo eintauchen kann aber sonst braucht es wirklich nicht mehr als wie die Borde die ich einfach aufgezogen habe solche Sägeblätter beziehungsweise welche die was den Namen nicht verdient haben die so blickt dann euch da müsst ihr dann wirklich schauen ob ihr so Metalle, Bleche feine Bleche zum Schneiden habt dann machen sie natürlich Sinn einfach so kaufen dass man es mal hat finde ich da eher nicht sinnvoll vor allem wenn man es bis dato nicht gebraucht hat braucht man es später auch nicht und ich kann sehr viel mit der Capit Pro machen wo zuerst erwähnt schon als ich das vierte Mal sage eben hier angehärteten Spannblattenschrauben ohne Probleme abschneiden kann habe ich irgendwas vergessen wie immer natürlich hast du Fragen zu den heute gezeigten Produkten Fragen zu Anwendungen Fragen zu anderen Sachen kannst du uns natürlich wie immer gern anrufen eine E-Mail schreiben oder deine Frage in die Videokommentare posten magst du die Produkte kaufen findest du es natürlich in der Videobeschreibung verlinkt sowie in der Infobox dazu da kommst du ganz einfach bei uns im Shop auf die Produktseite zu den Sägeblättern und dann kannst du eben nochmal auswählen verfeinern was zum Beispiel für die jeweilige Anwendung für die richtig ist somit sage ich danke euch fürs Zuschauen habt viel Spaß beim Holzwerken beim Schneiden wenn euch ein Multitool wenn ihr noch keinst habt legt euch sowas zu das ist wirklich ein Traum man braucht es immer wieder und wenn es oft nur für zwei, drei Sachen ist aber solche Multitools sind echte Problemlöser also danke pfiert euch euer Mike ein paar Mal bis zum Beispiel